Das Hotel Meliadema liegt in Eletas, Eletes in Mallorca. Das Hotel Meliadema ist sehr beliebt unter den Gästen. 92% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 83 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,4 von 6 Sonnen. Zimmer. Sauberkeit. Häufiger Wäschewechsel. Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,4 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,3 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.